als nächstes die krone schlipp wie viele kriege ich nur zehn das ist dein scheiß ernst doch da sechs hier wo ich elf naja das kann ich gerade jetzt muss ich diesen mist noch mal nach pflanzen ich so krone was fehlt denn hier generell noch krone und zombie na gut dann kriegst du noch mal ein zombie hier schnüppeln wir den scheiß hier mal ab brauche ich das gerade hier irgendwo nee nein ja dann mach mal mach mal was so die jack harrah lasse ich mal stehen weil ich die zusammen mit der krone aber ernte aber ich bräuchte jack harrah ich bräuchte bräuchte sourdiesel northern lights und skunk skunk northern lights sourdiesel haze wie viel haze benötige ich denn ich brauche haze tatsächlich zweimal und ich brauche einmal noch cam dog na gut dann gibt es noch eine haze was haben wir hier das ist eine skunk ach guck mal schneiden wir die skunk ab und pflanzen noch eine haze klatsch 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 ähm gut ähm ja gut das hier läuft mehr oder weniger genau was brauche ich denn für thc öl dafür brauche ich auch cam dog und jack harrah hoch na gut dann schneiden wir mal eine ab schnüppel pflanzen dafür ne cam dog schneiden wir die ab schnüppel und pflanzen dafür einfach mal noch eine weil die scheiße brauche ja am längsten also mit am längsten mit einer der am längsten brauchen dann um zu wachsen so und dann wäre es vielleicht auch mal sinnvoll wenn ich hier mal nach und nach schaue ich meine cousine kim ist durch da gibt es nichts mehr bei ihm gibt es noch eine ganze menge dass ich mir holen kann das werde ich dann auch tun ähm bei ihm dauert es ein bisschen länger aber warte mal aber es gibt halt auch ordentlich erfahrung ja und die ja der braucht wieder den teuren scheiß mit ihr bin ich durch ok überall fehlen bodenkacheln gut dann guck ja dann gucke ich jetzt mal kurz in den shop in der hoffnung bilder zu finden ich meine keramikkacheln wären auch super aber da glaube ich irgendwie nicht dran weil die so selten vorkommen aber komm hier nehmen wir den marmor mal mit ich habe gesehen ich glaube bei meinem haus brauche ich das stahlbalken wäre auch geil stahlbalken wäre auch geil glaub ich naja und ich habe so gut wie keine diamanten mehr ja genau das wäre doch auch mal eine gute idee was haben wir denn hier eigentlich für geschichten camdor g13 haze und skunk ok bestellerung bestellung das wird irgendwie laufen was ist hier los habe ich da nicht gerade schon die grundlagen hybride gärtner dicker komm mal her dem ist langweilig okay also denke oder so Ich muss mal eben gucken was er will wir revel sind Okay. Oh, jetzt musste ich die Tür wieder aufmachen. So, okay, was haben wir hier? Uh, ich bin schon anscheinend fertig. Kim hat echt Talent. Sie ist so eine Art Jackson Pollock des Potts. Ich habe keine Ahnung, wer Jackson Pollock ist, aber es klingt witzig. Bamm. Gut, so machen wir es. Kim, sie sieht wunderschön aus. Meinem Vater wird die Karre gefallen. Ach so, sie, die Karre, alles klar. Kim hat es gemerkt. Nun, noch eine gute Tat vollbracht. Lass uns zurücklehnen und genießen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Wir leiten ein Geschäft, keine Wohltätigkeitsorganisation. Ah, cool, eine Minute. Fülle unsere Vorräte auf und liefere sie aus, wie üblich. Alter, bist du auf den Kopf gefallen? Zwölf CBD-Öl? 60 Hindukuschblüten? Ich meine, das hier läuft ja von allein, aber... Oh, Leute, ey. Na gut, dafür lasse ich mir wohl ein bisschen Zeit. Also, wird man sehen, ob ich das tue oder nicht. Ich muss ja erstmal irgendwie... Genau, ich warte, glaube ich, hier immer noch auf Ernten. Also, genau. Wie weit ist denn La Crona? La Crona. Das ist Zombie. Krone braucht noch. Naja, okay, ich lasse das mal, weil, wie man gesehen hat, habe ich so viel Dünger nicht mehr. Das war jetzt ein Zufall, weil ich wieder nach unten gedrückt habe. Das heißt ja, dann ranzoomen. Aber dann können wir die Sekunden auch eben warten. In der Hoffnung, dass da gleich ein Bild kommt. Nö. 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 Ich glaube, dass ich gesehen habe, dass ich irgendwo Farbe noch benötige. Also, ne. Holen wir uns das mal. Ich glaube, das war hier bei dem Haus, oder? 7 von 30 Farbe. Alter. Naja, gut. Dann nehmen wir... Huch. Dann nehmen wir hier doch die auch noch gleich mit.